Herzlich Willkommen hier zu The Forest, ja hier ist euer Danny zu DLP TV. Heute kommt es mal wieder richtig dicke. Wir spielen The Forest hier bei uns. Ja langsam läuft es alles wieder an. Ja The Forest läuft jetzt an. Der Euro Truck Simulator die lebt zur Zeit ganz gut. Und ja der Landwirtschaft Simulator 2013 ist auch schon wieder in Startlöchern. Und 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 die anderen kommen natürlich auch. Es wird alles wieder langsam hochgefahren auf Betriebstemperatur. Und wir spielen heute mal seit neuestem wieder The Forest der Alpha Version 13. Und ich bin gespannt was sich alles so verändert hat. Ich glaube viele wird es jetzt auch begeistern dass ich jetzt wieder The Forest bringe mitbringe. Und wollen wir uns gar nicht lange wecken. Wollen wir uns gleich alle spielen. Loll. New Game. Auf geht's. Hoffentlich ist der Ladebildschirm nicht so lange hier. Also früher ging er ganz schnell. Wir sind im Flugzeug. Ach ja. Das gibt es ja auch noch. Loll. Schöner Flug. Schöner Flug. Schön ruhig. Hintja. Hallo. Nein. Der ist hingeflogen. Hintja. Hintja. Nein. Aua. 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 Ja. Wir sind wieder da. Den kennen wir ja schön. Lass den Buben liegen. Bäh. Jach und damit herzlich willkommen hier zurück bei The Forest mit mir und sonst keinen anderen. Der Basti ist nicht da. Der ist in Betriebsurlaub. Und ja. Die anderen sind natürlich auch nicht da. Weil The Forest leider bei mir noch nicht online geht. Aber es ist ja schön alles da. Das ist schon online lebt. Und vielleicht werden wir das auch mal irgendwie schaffen, dass wir das mal zusammen spielen. Und wir suchen hier wie gewohnt hier unser Zeug zusammen. Ja. Es hat sich sehr viel geändert. Es gibt jetzt viel mehr Tiere hier. Äh. Viel mehr Bauten. Und dann tun wir das dumme Handy weg. Danke. So. Haben wir alles mitgenommen. Denkt dran. Ihr kommt. Ihr kommt nicht mehr rein. Diese Bruchbude. Nicht mehr fliegen konnte das Ding. Typisch. So. Hier liegt nicht mehr außer komisch Bein. Ich werde jetzt mal ein bisschen den Soundbattle höher drehen. Bisschen leise war. Oder täuscht das jetzt? Gut. Keine Ahnung. Bei mir ist der Sound gerade nicht so flüssig. Hupsala. Ja. Ja. Warum ist hier kein Sound da? Warum? Äh. Nö. Ihr seht ja. Ich habe hier keinen Sound. Warum auch immer. Gut. Das soll uns mal jetzt nicht stören. Das werden wir dann in der nächsten Folge dann behoben haben. Nein. Sound ist doch da. Guckt an. So. Jetzt suchen wir erstmal uns alles zusammen hier. Was wir auch so schönes gebrauchen können. Weiß ich noch. Ja. Weiß ich noch nicht. Und ja. Nebenbei lebt ja noch Euro Truck Simulator. Und der lebt ganz gut. Mir macht das richtig Spaß mit dem Basti und dem Robert. Und. Ja. Mit den Daniel und. Ja. Es könnten doch ruhig viel mehr. Viel viel mehr Folgen werden. Also bis jetzt. Hängen wir ja ganz schön. Auf den Berg rum. Ne. Aber. Wir kriegen das hin. So liebe Freunde. Guckt euch doch mal diese Grafik an. Also wir waren ja das letzte Mal hier. Da war das auch schon geil. Aber. Jetzt ist ja noch geiler. So. Ich. Erinnere mich an den Philipp. Da hat man nämlich mal den Tipp gegeben. Dass hier irgendwelche Plantinen sind. Das haben wir nicht vergessen. Ne. Und. Nennen hier alles mit. Wir können nämlich irgendwie alles auch gebrauchen. Ja. Hier haben wir uns aus. Äh. Unseres. Unsere. Unsere. Vorrats. Küche. Äh. Ja. Mal sehen was wir so alles neu finden hier. Ich weiß das selbst nicht. Die eingeborenen sind natürlich auch noch da. Aber. Zurzeit nicht hier. Gott sei Dank. Ja. Was habe ich geplant in den nächsten paar Stunden. Ich werde mir hier ein Camp bauen. Wer Sachen bauen. Wer hat mit euch die Welt hier erkunden. Und. 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 Ja. Mal schauen ob der Basti auch mal Zeit findet mit mir hier ein bisschen was aufzunehmen. Er hat nämlich auch The Forest. Ja. Oh. Das sieht sehr gut aus. Das nochmal klein mit. Und. Ja. Wie gesagt. Also. Wir machen heute auch eine 15 minütige Folge. Wir machen erstmal keine 30 minuten. Die 30 minuten gehen dann ab. Den Sport 2 los. Ja. Ich möchte euch erstmal testen. Habt ihr überhaupt Bock auf The Forest. Dann schreibt mir doch mal mit einem großen Kommi. Ja. Oder mit einem weinenden Smiley. Nein. Ich würde mich aber eher über Ja freuen. Weil ich hab mir echt mal wieder richtig Bock auf The Forest. Ich muss das ja leider mal auf Wasser setzen. Und jetzt können wir mal richtig durchstarten wieder. Mit den ganzen anderen Let's Plays die jetzt wieder los gehen. Ja. Mein Umzug ist immer noch so voll im Gange. Aber ich kann es jetzt mit beruhigten Auge sagen. Nein. Wir können auch mal den zweiten. Das zweite Projekt wieder mit anfangen lassen. Und. Ich hoffe ihr erfreut euch. Dass es The Forest ist. Und. Ja. Wie gesagt. Zurück in die Zukunft. Amnesia. Und. Das andere wird natürlich auch wieder los gehen. In der geraumen Zeit. Das Jahr ist ja noch lang. Und. Ja. Haben wir jetzt eigentlich hier alles mitgenommen. Können wir die essen hier. Nein. Ja. Und können sie nicht essen. Gut. So. Wir schauen jetzt mal hier runter. Und gucken mal was man so für die schöne Pflanzen wir hier finden. Was wir überhaupt neue haben. Es wird nämlich mal sehr sehr interessieren. Können wir denn nicht irgendwas mitnehmen? Ja. Okay. Ach. Unser Panzer. Guck ihr. Das weiß ich noch. So. Wir müssen uns aber mal waschen. Oder so. Wir müssen mal ein bisschen Wasser finden. Ich schätze mal. Das finden wir auch gleich. Die Stöcke nehmen wir natürlich mit. Die Stigis. Und. Dass wir auch irgendwann mal ein Lager bauen können. Wo wir die. Reintun können. Ach. Guckt euch das doch mal an hier. Ist dann das nicht idyllisch? Ich bin ja so ein Naturliebhaber. Ab und zu. Äh. Ja. Habe ich hier wieder zu viel. Okay. Dann müssen wir jetzt mal weiter gucken. Was wir noch so schönes finden hier. Was sind das hier? Großen. Okay. Wir haben zu viel. Haben wir noch mal ein paar Steine. Haben wir auch nicht. Ja. Wie gesagt. Also ich mache heute mal erst mal eine 15 minütige Aufnahme. Und. Äh. Wenn ihr dann wollt. Kennt ich dann ab morgen. Also. Wie es bei euch jetzt ist. Weiß ich nicht. Aber. Den nächsten Tag. Sage ich jetzt mal. Kann ich ja gerne weitermachen. Wenn ihr wollt. Könnt ihr mir mal bei Facebook. Oder bei YouTube reinschreiben. Was ihr davon haltet. Und. Ja. Dann könnte man nämlich das alles mal hier erkundigen. Äh. Erkundigen. Ich habe heute okay. Richter Stage hier. So. Hier ist das eingeborene Lager. Da wollte ich jetzt nicht erst mal unbedingt hin. Mit denen habe ich noch viel genug zu tun. So. Wie gesagt. Also die Welt. Können wir erkundigen. Es fängt schon wieder an zu schiffen. Ob ein EDS. Oder hier. Ich schiff immer. Ich will es auch nicht. Ich muss das irgendwie magisch anziehen. So. Wird ich sagen. Suchen wir uns erst mal so. Einen kleinen Unterschlupf. Das hier unten wäre nicht so günstig. Gerade wenn die ihr Zeug da haben. Da müssen wir nicht unbedingt hin. So. Was war das? So. War das ein Gespenst? Aber wo findet... Ach doch hier. Wird krass sagen. Findet man wenig Steine. So. Wie gesagt. Also. Ich suche jetzt erst mal bisschen was zusammen. Und lade dann die Folge bei euch oder bei mir hoch. Und ihr könntet dann ab morgen. Also ab heute bei mir. Ich weiß nicht wie spät wir es jetzt gerade haben. Aber ihr müsst es dann irgendwann bei Facebook haben. Und... Ja. Könnten wir ja mal ein Statement geben. Und besonders der Herr Bohnen. Philipp. Was er davon haltet. Er ist nämlich so ein Forest-Liebhaber. Und... Ja. Gut. Es hat sich sehr, sehr viel geändert hier. Was ist das? Was ist das? Dreck. Aha. Wir haben uns gerade voll gesaut. Ja. Blümchen nehmen wir natürlich mit. Auch das muss sein. Haben wir denn jetzt alles Blümchen? Ja. Ja. Sieht doch schon ganz gut aus. Saat haben wir auch schon. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wir haben doch schon ordentlich gesammelt hier in der ersten Folge. Äh... Den Stein können wir leider nicht mehr mitnehmen. Oh ja. Da würde ich jetzt mal sagen. Laufen wir mal hoch. Ob wir da vielleicht einen Überblick haben. Oder ob wir den Feindleins auch gucken können. So. Ja. Dann würde ich sagen. Suchen wir uns in den nächsten... In den nächsten Port. Äh... Jetzt muss man die erst machen. Es ist immer gut. Es gibt 5 auf dem Diller. So. Ja. Hier ist wieder ihr doof. Also ich würde jetzt mal sagen. Beenden wir jetzt erstmal die erste Folge hier. Und ihr gebt mir mal ein Statement. Ob wir hier weitermachen wollen. Oder ob wir es lassen. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Gebt mir ein Like oder ein Abo. Oder einen schönen Kommi hier bei Facebook. Oder... Oder... Bei YouTube. Dankeschön. We make the streams louder. Gebt mir ein Abo. 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 Gebt mir ein Abo.